Für das Stück Weg hätte ich jetzt ungefähr 5 Minuten gebraucht. Oh Gott. Ah! Ah! Er hat es kaputt gefahren. Er hat es kaputt gefahren. Na toll, und jetzt? Absprengen. Kannst du einsteigen? Ja, ich bin eingestiegen. Let's go! Oh, das war brutal. Du musst in den Dings gehen, in den Autokanal. Fahrzeug. Das ist was ich an dieser Stelle machen würde. Let's go! Das Ding auf dem Hang vorne, nur kurz mal herausschicken, dass wir hier runter schützen. Oder? Wo wollen wir gehen? In den Taxi. Hm. Das ist wirklich, wirklich toll. Und wo sind wir jetzt fahren? Für ein Adventure. Ich denke wir sterben. Wie ein Adventure? Ich bin weg hier von dem Typen, ne? It depends on the Adventure. Ich weiß nicht. Ich muss vorne aufdrehen dafür. Ich würde mich fahren. Ich bin weg. Ich bin weg. Ah. Ja, warte. Wenn er langsamer wird, kann ich auch abspringen. Oh, aber steh. Oh, das ist blöd. Hahaha. Ich fahr den hinterher. Oh Gott. Was macht der jetzt? Das blöd wird. Das blöd wird. Alter, das ist so krass. Ja, genau deswegen wollte ich eigentlich nicht abspringen. Oh Gott. Ich schießt. Ich schießt. Ich schießt. Oh Gott. Oh Gott. No. Oh mein Gott. Ich fahr zigzag. Oh mein Gott. Gedeiht. Oh Gott. Ich bin angeblüht. Ich bin tot. Mann, komm mal. Shoot, shoot. Wo seid ihr hin? Links, dann rechts. Geradeaus weiter einfach. Einfach die Straße folgen. An der Mike-Station weiter. Ja, ja. Und dann kommt eine kleine Kreuze. Links, rechts. Ja, und da fährt er... Links. Einfach nach Norden. Du musst da weg, ein Drück. Ja, ich weiß, wenn er anhält. Oh Gott, was macht er jetzt? Okay. Er fährt jetzt runter, jetzt zu den Häusern. Er ist hier... Er steht hier... Oh Gott. Oh Gott. Er ist eine Grundwahrung. Vorsicht! Nicht! Oh Gott! Loll! Steig aus! Ich bin tot! Das hab ich nicht überlebt. Ah, das tut mein Dinn. Ich bin rausgeschwungen. Ich schwör jetzt, ich drehe ihn nochmal an. Oh Mann. Ich brauche jetzt ganz dringend ne Waffe. Ich brauche jetzt ganz dringend ne Waffe. Ich brauche jetzt ganz dringend ne Waffe. Weil ich so ein Drück drin auskomme. Ah, ist ja mehr drinne! atersform Dramatärer ne��ßform Dramatärer ah fuck Bist du auch tot? Ja, da waren Leute mit Waffen dann natürlich. Anni, nächst du Silber bitte. Wir sollen bitte von Anfang an zusammenbleiben. Hier, nee, das sind Gemütze.